Wolfgang Preiss war ein bemerkenswerter deutscher Schauspieler, der in den Jahren vor und nach dem Zweiten Weltkrieg eine bedeutende Rolle in der deutschen Film- und Theaterwelt spielte. Sein Leben war jedoch geprägt von tragischen Ereignissen und persönlichen Herausforderungen. In diesem Video werfen wir einen Blick auf das faszinierende, aber tragische Leben dieses talentierten Schauspielers. Die frühen Jahre im Leben von Wolfgang Preiss legten den Grundstein für seine spätere schauspielerische Karriere. Er wurde am 27. Februar 1910 in Nürnberg in Deutschland geboren. Schon in seiner Jugend zeigte er ein bemerkenswertes Interesse an der Schauspielerei. Dieses Interesse führte dazu, dass er bereits in jungen Jahren in lokalen Theaterproduktionen auftrat. Die Theaterluft schien Preiss förmlich anzuziehen. Während seiner Schulzeit und im Kreise seiner Freunde nahm er jede Gelegenheit wahr, um auf der Bühne zu stehen. Dieses früh entdeckte Talent und die Begeisterung für das Schauspiel führten dazu, dass er bereits in der Jugend seine Berufung fand. Die frühen Erfahrungen auf der Bühne halfen Wolfgang Preiss, sein schauspielerisches Können zu verfeinern und zu entwickeln. Er lernte die Grundlagen des Theaters und sammelte wichtige Erfahrungen, die ihm später in seiner Karriere von unschätzbarem Wert sein sollten. In den 30er Jahren erhielt Wolfgang Preiss die Gelegenheit, seinen schauspielerischen Fähigkeiten an renommierten Theatern in Deutschland zu verfeinern. Er wurde von angesehenen Schauspieltrainern ausgebildet und entwickelte seinen eigenen einzigartigen Stil, der bald in der gesamten Branche Beachtung fand. Preiss Bühnenpräsenz und sein schauspielerisches Können beeindruckten nicht nur seine Lehrer, sondern auch das Publikum. Er zeigte eine bemerkenswerte Bandbreite an schauspielerischen Fähigkeiten, die von intensiven dramatischen Rollen bis zu komödiantischen Charakteren reichten. Dies machte ihn zu einem äußerst vielseitigen und gefragten Schauspieler. Seine ersten Schritte auf der Leinwand waren ebenfalls von Erfolg gekrönt. Wolfgang Preiss konnte schnell Fuß fassen und wurde in verschiedenen Filmproduktionen besetzt. Seine Fähigkeit, sich in die unterschiedlichsten Rollen hinein zu versetzen, machte ihn zu einem begehrten Darsteller. Der Aufstieg von Wolfgang Preiss als Star der deutschen Film- und Theaterwelt war geprägt von Talent, Leidenschaft und harter Arbeit. Seine schauspielerische Reise sollte jedoch bald von den dunklen Zeiten des Zweiten Weltkriegs unterbrochen werden, die sein Leben und seine Karriere nachhaltig beeinflussten. Das aufstrebende Stardasein von Wolfgang Preiss wurde abrupt unterbrochen, als der Zweite Weltkrieg in Europa ausbrach. Im Jahre 1939 wurde er in die Wirren des Krieges gezogen, was einen Wendepunkt in seinem Leben markierte. Wolfgang Preiss diente dem Zweiten Weltkrieg in der Wehrmacht und wurde an verschiedenen Fronten eingesetzt. Diese Zeit des Krieges war geprägt von Entbehrungen, Unsicherheit und traumatischen Erfahrungen. Preiss und seine Kameraden sahen sich den Schrecken des Krieges ausgesetzt, was tief in Arben hinterließ. Während des Krieges konnte Preiss aufgrund seiner schauspielerischen Fähigkeiten gelegentlich in Unterhaltungsprogrammen für die Truppen auftreten. Dies gab ihm nicht nur die Möglichkeit, seine schauspielerische Leidenschaft aufrechtzuerhalten, sondern es brachte auch etwas Ablenkung und Trost in einer ansonsten harten Zeit. Die Jahre des Zweiten Weltkriegs hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf Wolfgang Preiss. Sie hinterließen nicht nur physische, sondern auch emotionale Wunden. Der Krieg veränderte seine Perspektive und prägte sein Verständnis von Leben und Leid. Nach dem Krieg sollte Preiss jedoch seine schauspielerische Karriere fortsetzen und sein Talent vor einem breiteren Publikum zur Geltung bringen. Trotz der Herausforderungen und dem Leid, das er während des Krieges erlebt hatte, bewies er erneut seine Fähigkeit auf der Bühne und vor der Kamera zu glänzen. Die Nachkriegszeit markierte für Wolfgang Preiss einen Neuanfang und die Rückkehr zu seiner Leidenschaft der Schauspielerei. Trotz der traumatischen Erfahrungen und der persönlichen Belastungen während des Zweiten Weltkriegs setzte er seine Karriere mit großem Engagement und Erfolg fort. Nachdem der Krieg zu Ende war, kehrte Preiss in die deutsche Theaterszene zurück. Er nutzte die Bühne als Ort der Verarbeitung seiner Erlebnisse und als Medium, um seine schauspielerische Brillanz zur Schau zu stellen. Seine Auftritte wurden vom Publikum und Kritikern gleichermaßen geschätzt und er gewann rasch an Ansehen. Auch vor der Kamera blühte Wolfgang Preiss auf. Er erhielt Rollen in einer Vielzahl von Filmproduktionen und brillierte in unterschiedlichen Genres. Seine schauspielerische Bandbreite war beeindruckend. Er konnte es sowohl in dramatischen Hauptrollen als auch in komödiantischen Nebenrollen überzeugen, was ihn zu einem äußerst vielseitigen Schauspieler machte. Ein Höhepunkt in seiner Karriere war seine Mitwirkung in dem berühmten Film Das Boot aus dem Jahre 1981. Preiss' herausragende schauspielerische Leistung trug maßgeblich zum Erfolg des Films bei und brachte ihm weitere Anerkennung ein. In den Nachkriegsjahren fand Wolfgang Preiss nicht nur beruflichen Erfolg, sondern auch persönliche Erfüllung. Er konnte sein Talent und seine Leidenschaft in vollen Zügen ausleben und erlangte erneut den Status eines gefeierten Stars in der deutschen Film- und Theaterwelt. Und trotz der Tragödien und der schweren Zeiten, die er während des Zweiten Weltkriegs erlebte, bewies Wolfgang Preiss eine bewundernswerte Resilienz und ein unerschütterliches Engagement für die Kunst des Schauspielens. Seine Nachkriegskarriere und Erfolge sind ein beeindruckendes Zeugnis seines Talents und seiner Entschlossenheit. Wolfgang Preiss' schauspielerische Erfolge waren zweifellos beeindruckend, doch sein persönliches Leben war von tiefgreifenden Tragödien gezeichnet. Während seiner Karriere auf der Bühne und vor der Kamera kämpfte er im Stillen mit persönlichen Herausforderungen, die seine Erfolge überschatteten. Die Schatten des Zweiten Weltkriegs, welchen er als Soldat miterlebte, begleiteten Preiss sein Leben lang. Die traumatischen Erlebnisse an der Front hinterließen Narben, die er auch in den besten Jahren seiner Karriere nicht verblassten. Er trug die seelischen Belastungen des Krieges, die den Verlust von Freunden und die Krauen des Schlachtfelds umfassten, still in sich. Darüber hinaus erlebte Wolfgang Preiss persönliche Verluste, die sein Leben weiter überschatteten. Der Tod geliebter Menschen und enger Freunde hinterließ tiefe Wunden in seinem Herzen. Diese persönlichen Tragödien prägten seine Sicht auf die Welt und beeinflussten seine schauspielerische Arbeit. Preiss fand oft in der Schauspielerei einen Weg, um mit seinen persönlichen Dämonen umzugehen. Seine Auftritte auf der Bühne und vor der Kamera dienten nicht nur dazu, sein schauspielerisches Talent zu zeigen, sondern auch, um inneren Schmerz zu bewältigen. Die intensive Hingabe zu seinem Handwerk half ihm, seine Emotionen auszuleben und zu verarbeiten. Trotz der Tragödien und persönlichen Herausforderungen, die sein Leben begleiteten, erlangte Wolfgang Preiss Anerkennung und Ruhm für seine schauspielerischen Leistungen. Sein bemerkenswertes Talent und seine Fähigkeit Emotionen auf der Leinwand auszudrücken, sind ein Beweis für eine außergewöhnliche Schauspielkunst. Doch sein tragisches, persönliches Leben wirft einen Schatten auf seine Erfolge und unterstreicht die Komplexität seines Lebens und seiner Karriere. Wolfgang Preiss verstarb am 27. November 2002, doch sein Vermächtnis lebt weiter. Seine eindrucksvolle Karriere und seine einzigartigen schauspielerischen Fähigkeiten haben einen bleibenden Eindruck in der deutschen Filmgeschichte hinterlassen. Möchten Sie mehr über das faszinierende Leben von Wolfgang Preiss und anderen bedeutenden Persönlichkeiten erfahren? Dann abonnieren Sie unseren Kanal, um Zugang zu exklusiven Material und weiteren inspirierenden Geschichten zu erhalten. Sie werden tiefe Einblicke in das Leben und die Erfolge außergewöhnlicher Persönlichkeiten erhalten. Abonnieren Sie jetzt und lassen Sie sich von der Welt des Wissens und der Unterhaltung begeistern.